Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um ein sehr großes Museum, das sehr schlechte Beiträge für Kinder macht. Wir hatten kürzlich auf Instagram ein Video vom Germanischen Nationalmuseum, also dem Museum für Mittelalter, vielleicht das wichtigste Museum in der Art in Deutschland. Und die hatten ein Video über Kleidung im Mittelalter. Hatte auch sehr viele negative Reaktionen ausgelöst. Ich habe mich da nicht groß beteiligt, aber die haben das Ganze runtergenommen aufgrund der Kritik. Aber auf YouTube ist es noch zu sehen. Und zwar auf dem Kanal GNM Kids, also GNM für Germanischen Nationalmuseum. Und es ist mir aufgefallen und ich habe gesehen, die haben noch mehr Filme und die schauen wir uns jetzt mal an. Das wird, glaube ich, spannend. Mittelalter und Geruch, da stellen wir uns viel Schlimmes vor. Naja, wir stellen uns hauptsächlich Schlimmes vor, weil uns so oft gesagt wird, es würde stinken. Also es ist schon wieder direkt der Punkt, Mittelalter stinkt. War es denn wirklich so heftig? Das hier sind sogenannte Trippen oder Unterschuhe. Die wurden im Mittelalter unter den eigentlichen Schuhen getragen. Aus einem guten Grund. Lange Zeit hatten die Straßen in der Stadt noch kein Kopfsteinpflaster. Es war also ganz schön matschig. So, das Problem an dieser Sache ist jetzt folgendes. Rein zufällig habe ich eine Nachbildung davon hier. Ich gehe nochmal im Bild zurück, damit ihr den Vergleich habt. Das sind nämlich wunderschöne Stücke, die ihr da seht. Die sind aus dem Germanischen Nationalmuseum. Und ich habe, quasi abgesehen von der Beriebung, die ist bei mir ein bisschen anders, dieselben. Sogar der Messingbeschlag ist dran. Und meine wurden nach dem Vorbild im Germanischen Nationalmuseum gebaut. Ich kann also sagen, ich kenne mich ein bisschen mit den Dingen aus. Ich weiß, was das ist. Und das ist Leder. Das ist Kork mit Leder darüber. Das sind keine Trippen, die man auf der Straße trägt. Die sind fürs Haus. Die sind dazu da als zusätzliche Isolationsschicht unter den dünnen Sohlen der Zeit, damit man keine kalten Füße kriegt. Und diese, also die Schuhe im Mittelalter haben extrem dünne Sohlen. Der normale Schnabelschuh, das ist im Prinzip eine Schicht Leder. Für uns heute, also Barfußschuhe haben eine dickere Sohle. Die taugen gar nicht für allzu dreckige Straßen. Wie gesagt, nochmal, ich sage nicht, dass es im Mittelalter keine schlammigen und dreckigen Straßen gab. Vor allem schlammig nach dem Regen, gar keine Frage. Aber doch, viele Städte haben bereits Kopfsteinpflaster oder ähnliche Pflaster. Wenn ihr zum Beispiel mal selbst bei euch guckt, ihr habt eine wunderbare Darstellung des Hostienraubens in Regensburg bei euch im Museum hängen. Da seht ihr ganz wunderbar ein Pflaster. Die Straße ist sauber gepflastert. Ihr habt ein paar solche Abbildungen im Museum. Ich kenne eure Bilder relativ gut. Das ist eine Trippe für innen. Das ist eine Trippe für die Straße. So etwas wird auf der Straße getragen. Und da ist nur ein Riemen. Hier hinten ist nichts. Die sind also reine Schlupfschuhe. Und wenn es da wirklich so schlammig ist, dann nützen einem solche Schlupfschuhe tatsächlich nicht viel. Die nützen vor allen Dingen gegen Nässe. Dafür sind sie richtig gut. Also wenn es nass ist, Trippe, super Idee. Die Trippe zur Erklärung oder als Beleg für dreckige, schlammige Straßen. Das funktioniert so nicht. Aber gut, wir haben jetzt, es stinkt, zumindest wurde es suggeriert. Und die Straßen waren schlammig. Nicht schlecht für 15 Sekunden übers Mittelalter für Kinder. Statt noch kein Kopfsteinpflaster. Es war also ganz schön matschig. Aber das ist noch nicht alles. Auf den Straßen lagen oftmals Mist, Hausmüll, tote Tiere. Welcher Hausmüll? Was fällt in so einem mittelalterlichen Haushalt an Müll an? Also wir heute haben eine Menge Müll. Wir haben ziemlich viel Müll pro Haushalt. Was hat der mittelalterliche? Also abgesehen von Fäkalien. Die fallen an, ganz klar. Fäkalien immer. Und sonst? Spülwasser? Was gibt es, was der normale Mensch nicht hinterm Haus auf den Kompost werfen kann? Und tote Tiere auf der Straße? In Nürnberg liegen tote Tiere auf der Straße? Warum? Wie kommen da tote Tiere hin? Da wollte man nicht reinsteigen und sich noch dazu die Schuhe zerstören. Und? Also das ist das Bild, das Germanische Nationalmuseum. Kindern über die Stadt im Mittelalter suggeriert. Schlammig, tote Tiere, Hausmüll. Und trug lieber Trippen. Die gab es für drinnen gegen die Kälte, wie bei diesem Kerl. Aber eben auch für draußen. Und das zeigt... Trippen, wie bei diesem Kerl für innen. Das ist ein Bild aus der Zwölfbruder Stiftung. In Nürnberg. Habe ich schon mal vorgestellt. Und ihr werdet nicht erraten, welchen Beruf dieser Mensch hatte. Also wir sehen hier jemanden, der die Straße fegt. Straßentrippen. Weil man sieht diese hohen Absätze. Das, was der trägt, sind Straßentrippen. Das, was ihr zeigt, das sind die Haustrippen. Also ihr verwechselt einmal um 180 Grad, was welche Trippenart ist. Wir sind jetzt bei 36 Sekunden. Es hat sicherlich manchmal echt gestunken. Dennoch. Wir stellen uns das Mittelalter oftmals super schmutzig und stinkend vor. Warum nur? Wie soll ein Kind auf die Idee kommen, das Mittelalter sei stinken und schmutzig? Es ist ein Rätsel. Obwohl man für Fäkalien und Müll schon sehr früh extra Gruben hatte. Und im Spätmittelalter der Abfall zum Beispiel über Wasserleitsysteme aus der Stadt transportiert wurde. Vielleicht... Jetzt wird es interessant. Also ja, gerade in Nürnberg sind da Quellen zu bekannt. Es gab entsprechende Kanalräume, die die Kanäle sauber gehalten haben. Und es gibt auch schon abgedeckte Abwasserkanäle und ähnliches. Ja. Aber ihr wisst schon, sowas nachzuschieben. 40 Sekunden Quatsch über das Mittelalter, 5 Sekunden Nebensatz. Vielleicht kann man sich den Geruch einer Stadt wie auf einem Bauernhof vorstellen. Denn auch in der Stadt lebten viele Tiere, wie Schweine, Hühner und Pferde. Richtig, ja. Und jetzt der Geruch auf einem Bauernhof. Also wenn man nicht wirklich nah am Misstaufen steht. Oder im Kuhstall. Wobei der Koch, ah, Pferd auf dem Bauernhof. Ich fand die nie so schlimm. Weil das stinkendste heute auf dem Bauernhof ist, wenn Gülle gemacht wird. Und auf die Felder gebracht wird. Aber das hat man im Mittelalter noch gar nicht. Also Gülle ist wirklich ein übler Geruch. Den haben wir da aber nicht. Bestimmt roch es in den Städten auch sehr nach Rauch. Immerhin. Nach Rauch. Immerhin wurde über dem Feuer gekocht, geräuchert, gearbeitet. In Kirchen und Klöstern. Okay, aber ich glaube nicht, dass der Rauchgeruch da so unfassbar stark ist. In Kirchen und Klöstern. Ich bin gespannt. An was dann eher der Geruch von Weihrauch, der in die Nase stieg. Ja, im Kloster riecht's immer und überall nach Weihrauch. Was soll ich sagen? Ganz anders auf einem Marktplatz. Hier wurden unter anderem Gewürze aus ganz anderen Ländern verkauft, die sicherlich sehr intensiv gebrochen haben. Ja, es wurden auf dem Marktplatz natürlich Gewürze verkauft, aber gerade orientalische Gewürze sind relativ teuer. Ist jetzt nicht so, dass der Marktplatz da riesige Mengen von angeboten hat, irgendwie an den Ständen. Also, dass der Marktplatz jetzt nach Gewürzen riecht, ist auch wieder so ein sehr schräges Ding. Kannte ich so nicht. Könnte man sogar fast sagen, ist eine positive Mittelalter-Variante. Aber ich bin überrascht. Achso, und zum Deo. Sowas gab's noch nicht. Und auch gebadet wurde nicht jeden Tag. Jetzt mal ein Geständnis von mir. Ich bade nicht jeden Tag. Ich bade... Wann hab ich zuletzt gebadet? Also hier im Haus? Locker ein Jahr her. Ganz locker. Ich dusche auch nicht jeden Tag. Tatsächlich. Ich dusche häufiger, gerade wenn ich Sport mache oder sowas. Aber ich dusche auch nicht jeden Tag. Und es geht. Und in meiner Gegenwart fallen die Leute nicht um. Man muss sich auch nicht jeden Tag baden. Nicht mal duschen. Waschen reicht. Und das ist wieder so eine besonders perfide Sache. Weil in den mittelalterlichen Städten, gerade in den spätmittelalterlichen Städten, 50, 100, haben wir viele, viele Badehäuser. Wir haben in Europa eine Badekultur. Eine lebendige, großartige Badekultur. Mit jeder Menge Badehäuser, Schwitzbädern. In Nürnberg. Ein Bader. Hans Volz. War ein Bader. Meister. Ja. Und der hat Hausratgedichte geschrieben. Und in einem seiner Hausratgedichte wird beschrieben, was in einem Haushalt alles für das Bad da sein soll. Eine Badekappe. Da gibt es Quellen für ein entsprechendes Tuch. Schwamm. Also alles, was man ins Badehaus mitnimmt. Jetzt wissen wir Ihnen, im Prinzip, es klingt erstmal wie ein Badezimmer, ist aber das, was man für das Badehaus hat. Die hygienischen Sachen hat er an anderer Stelle. Also ein Handkessel nennt er das. Also der Lavabo, also diese Waschmöglichkeiten, die werden erwähnt. Das ist Teil der Kultur. Aber Hauptsache die Kinder lernen, man hat im Mittelalter nicht jeden Tag gebadet. Aber Parfü... Der Untertitel ist, glaube ich, Quatsch. Aber Parfüme und Öle waren in den gehobenen Schichten sehr verbreitet. Weiß? Also Parfüm im heutigen Sinn gibt es noch gar nicht. Auch sowas wie Eau de Cologne gibt es noch nicht. Es gibt ein paar ähnliche Sachen. Ich habe vor einiger Zeit ein Video über Körperpflege gemacht. Es gibt Geruchstoffe. Aber Parfüm wirklich, wie man... Das gibt es noch gar nicht. Das ist eine Erfindung, die viel später kommt. Und da sind wir jetzt so bei dem barocken Bild. Ja, die waschen sich nicht, die parfümieren sich lieber. Gerade in oberen Schichten. Uh, ist das hundsmiserabel. Das war schon gar nicht so gut. Die Idee hinter diesen Videos ist ja, ich beantworte Kinderfragen. Also ich habe es zumindest mitbekommen bei diesem Video über Kleidung. Da haben sie auch gesagt in einer Antwort, dass sie die... Es gibt eine Ausstellung, da kann man Fragen an eine Tafel heften. Und die behandeln sie. Daran orientieren sie sich. Und das ist gar keine schlechte Idee. Und die Frage, wie riecht das Mittelalter, ist eigentlich eine gute Frage. Ich verstehe nur die Antwort nicht. Also erstmal müsste die Antwort immer lauten, das Mittelalter riecht in den meisten Fällen nicht anders als heute. Weil der Normalfall im Mittelalter, wenn ich so mir das Land angucke, dann bin ich in der freien Natur. Ja, dann riecht es so wie heute in der freien Natur. Städte sind die Ausnahme. Ein winziger Teil der Bevölkerung im Heiligen Römisch Reich lebt in Städten. Die allermeisten leben auf Dörfern. Jetzt kann man auch diskutieren, ob es auf den Dörfern streng riecht, wegen Tieren und so. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber auch im Dorf, wenn ich nicht am Viehstall bin, wie riechen Tiere auf der Weide? Gar nicht. Wenn ich direkt im Kuhfladen stehe? Gar nicht. Und das ist der Normalfall. Das ist die erste Antwort. So riecht es normalerweise. Dann kommt halt Unfug über Tiere und Müll auf der Straße. Dann wird vom Rauch, der nach oben ab. Der sollte nach oben ab. Wie kommt der Rauch anderswo hin? Also ja, wenn ich in einem Rauchhaus bin. Also lange Zeit waren die Häuser nicht mit dem Kamin ausgestattet. Dann habe ich so genannt, das Rauchhaus. Darin riecht es nach Rauch. Rauch, lustigerweise, das wird ja suggeriert, die Leute müffeln, weil sie sich nicht waschen. Rauch ist ein prima Mittel gegen. Also ich habe schon auf historischen Veranstaltungen und LARPS, vor allen Dingen auf LARPS, die Lusche ist manchmal weit. Lagerfeuer ist das, also du riechst es nicht. Ich rieche nicht nach Schweiß. Wenn ich in der Küche gearbeitet habe und auf offenem Feuer gekocht habe, rieche ich ums Verrecken nicht nach Schweiß. Ich habe einen ganz leichten Rauchgeruch. Der ist aber nicht sehr stark. Also die Antwort ist schon mal vollkommen verfehlt. Und dann hat man jede Möglichkeit verpasst, interessante Informationen zu geben. Es wurde Zeug erzählt, das gar nicht dazu passt. Man hätte zum Beispiel erzählen können, dass die Menschen im Mittelalter, zumindest die, die es leisten konnten, Tücher mit Geruchsstoffen, also zum Beispiel Lavendelwasser oder sowas behandelt haben, die in der Truhe zwischen die Lagen gelegt haben, damit es besser riecht. So etwas hätte man erzählen können. Oder man hätte erzählen können, dass Leute mit einem Bisamapfel herumgelaufen sind. Und parfümierte Kugeln, die, ja, parfümiert, ich weiß, Parfümeln gab es noch nicht, aber der Begriff ist heute halt so, die man in einer kleinen Kugel mit sich getragen hat. Hätte man alles machen können. Und lustigerweise, im Germanischen Nationalmuseum gibt es dafür Beispiele. Hätte man eigene Bildquellen verwenden können. Hätte man einen schönen Film draus machen können. Hat man nicht. Wir gucken uns den nächsten an. Das wird bestimmt viel besser. Vegane Ernährung. Heutzutage recht einfach umzusetzen und kein großes Thema. Aber wie war das im Mittelalter? Gab es da auch... Wie gesagt, wir haben hier Fragen, vermutlich von Kindern im Museum. Interessante Frage. Auch VeganerInnen. Im Mittelalter standen Nahrungsmittel aus Getreide, also zum Beispiel Brei oder Brot, hoch im Kurs. Ist jetzt ganz... Also hoch im Kurs, was heißt hoch im Kurs? Aber der Brei ist wieder dabei und bei Brei ist eben oft das Problem, was der Mensch im Mittelalter unter Muß versteht, ist nicht das, was wir unter Brei verstehen. Schwierig. Täglich aß man fast ein Kilo Brot. Außerdem gab es... Kann ich mir vorstellen. Also bei dem Kalorienbedarf, den ein Schwerarbeiter braucht, unmöglich. Hauptsächlich heimisches Obst und Gemüse, das allerdings leider ziemlich zerkocht wurde. Heimisches Obst und Gemüse wird zerkocht. Also das Wort Gemüse, da ist Muß drinne und daraus wird gerne gemacht, es wird immer zerkocht. Nee. Also oft ja, aber es gibt Sachen... Nehmen wir die indische Küche. Die Aussage, in der indischen Küche wird Gemüse oft zerkocht. Die ist korrekt. Klingt aber ganz falsch. Weil da haben wir eben solche Schmorsachen, ganz viele Gerichte, die lange gekocht werden. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe die letzte Woche Gulasch gemacht. Da waren 700 Gramm Zwiebeln drin. Ja, die waren danach halt nicht mehr. Die waren komplett zerkocht. Da hat das Ganze seine Bindung her. Da kriegt es seinen Geschmack her. Das muss nichts Schlechtes sein. Also bei ganz vielen Dingen ist es, Normalgemüse zu zerkochen. Das ist nichts Schlechtes. Das ist aber im Mittelalter nicht mit jedem Gemüse und schon gar nicht mit Obst basiert. Also die haben tatsächlich frisches Obst gegessen, ja. Und ja, wir sind halt heute auch... Es ist so sehr zeitgeist. Ich mag das selber. Ich bin großer Fan von fernöstlicher, asiatischer Küche, die ja oft sehr, sehr frisch ist, wo die Gemüse kaum gekocht wird. Das ist lecker, ganz klar. Aber man darf nicht vergessen, dass es da auch noch andere Dinge gibt und dass wir viele Speisen haben, in denen das Gemüse zerkocht sein soll. Aber so klingt es wieder, ja, die blöden Menschen im Mittelalter haben ihr Gemüse zerkocht. Idioten. Wohlhabendere Menschen nahmen auch gerne mal Orangen oder Feigen zu sich. Orangen im Mittelalter? Das wird jetzt echt schwer. Also im 15. Jahrhundert kommen langsam die ersten Orangen. Südeuropa sowieso. Aber bei uns Orangen nicht so wahnsinnig oft. Feigen dagegen waren beliebt. Die wachsen ja auch bei uns durchaus ab und zu. Ähm, aber, äh, ja, Orangen, wundern mich jetzt. Kartoffeln, die aus Amerika stammten, waren dagegen noch unbekannt. Menschen mit wenig Geld und Möglichkeiten ernährten sich also hauptsächlich vegetarisch. Teilweise. Hab ich gerade, hab ich gerade was verpasst? Ernährten sich also vegetarisch. Also klingt, als ob da eine Begründung vorher gewesen wäre. Da ist aber gar keine Begründung. Und warum sollten sie? Weil wir reden doch jetzt gerade von dem, was man allgemein als Bauern bezeichnet, oder? Das sind die, die das Vieh füchten. Das sind die, die das Vieh auch verarbeiten. Ich meine, die haben bestimmt nicht jeden Tag Braten auf dem Tisch gehabt, ja? Aber Fleisch gibt's halt von bis. Es gibt sehr billige Teile, also das, was wir heute ungern essen, Innereien und ähnliches, bis sehr teure Sachen. Und Fleisch haltbar machen durch Räuchern oder als Wurst ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der mittelalterlichen Wirtschaft. Wieso sollten die sich denn vegetarisch ernährt haben? Wo war denn da jetzt die Begründung? Teilweise sicherlich auch vegan. Also auf Eier haben sie auch noch verzichtet. Was? Das ist korrekt. Das gibt's. Also auch in der Fastenzeit ist ja auch nahezu vegetarisch. Also auf Fleisch soll man verzichten und so. Also viele Leute im Mittelalter haben tatsächlich vegetarisch gelebt. Nämlich in den Fastenzeiten. Mehr als eine. Es gibt nicht nur die vor Ostern. Und dann hat man im Großen und Ganzen, es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, es gibt auch tierische Produkte, die in der Fastenzeit auch gegessen werden durften. Aber das wäre ein schöner Ansatz gewesen, zu sagen, ja, guck mal, in der Fastenzeit haben zum Beispiel ziemlich viele Leute vegetarisch gelebt. Dennoch. Ging es einer Stadt gut, wie zum Beispiel Nürnberg ab dem 14. Jahrhundert, dann stand ziemlich viel Fleisch auf den Speiseplänen. Liebe Leute vom Germanischen Nationalmuseum, geht nochmal zu diesem Bild und guckt mal, in welcher Abteilung es hängt. Ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht die Mittelalterabteilung. Denn jeder sieht, gut, eure Zuschauer nicht, weil dieser Kanal riecht sich ja an Kinder. Alle anderen sehen, das ist nicht Mittelalter. Das ist 16. Jahrhundert. Vorsicht mit den Bildquellen, ja? Wenn ihr über das Mittelalter reden wollt. Aber es ist ja auch wieder so ein Ding, der Haupteindruck, den die Kinder hier kriegen, das, was hier erzählt wird, ist im Mittelalter etwas ganz Besonderes. So ist das Mittelalter. Dass die Antike und die frühe Neuzeit sich da überhaupt nicht unterscheidet, aber nicht im allergeringsten, das wird halt eleganter natürlich fallen gelassen. Also wenn ich schon Mittelalter als Begriff nehme, muss ich echt vorsichtig sein, denn alles, was ich jetzt über das Mittelalter sage, wird nur auf das Mittelalter bezogen. Auch wenn es das gar nicht ist. Wenn es der Stadt gut geht, steht auch gleich auf dem Speiseplan. Wurde zum Beispiel zum Festmahl geladen, dann konnte das etwas üppiger ausfallen. Ich ahne, was jetzt kommt. Zu einer Hochzeit im Jahr 1493 in Augsburg wurden von 720 Gästen innerhalb von acht Tagen angeblich 20 Ochsen, 46 Kälber, 95 Schweine, 25 Pfauen, über 1000 Gänse und noch ganz viel mehr verspeist. Das kostete am Ende 177 Gulden, wofür man sich damals schon ein Handwerkerhaus leisten konnte. Jetzt bringen sie einmal eine sehr, sehr genaue Quelle. Also ich kenne die Quelle nicht, aber so etwas bringt natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Jahreszahl, genaue Mengen. Super. Und dann ist es so eine. Guck mal die Mittelalter. Die völlige Völlerei. Ja. Und heute machen wir sowas nicht mehr? Hm? Nein? Und dann muss man sich solche Hochzeiten auch immer überlegen, was ist das eigentlich? Warum? Also es gibt da viel größere Mengen. Guckt euch die Mengen an, die bei der Landshute oder der Amberger-Hochzeit verputzt wurden. Viel mehr. Aber solche Hochzeiten sind auch nicht privat. Also 720 Gäste. Zum einen bezweifle ich, dass das alle Mitesser sind. Dann kann man die übrig gebliebenen Dinge natürlich auch großartig öffentlich wirksam an die Armen verteilen. Das gehört dazu. Das ist ein Teil des Ganzen. Aber sowas, so Einordnung, man könnte jetzt ganz viele Fragen stellen, warum haben wir diese Mengen? Konnten das diese Leute wirklich essen? Warum hat man das so gemacht? Diese Fragen kommen halt nicht, aber hier bleibt hängen. Guck mal, das haben die vertilgt. Ja, das Mittelalter kommt wieder gut bei euch weg. Entweder haben wir Bauern, die gar nichts essen, die nur ein bisschen Brei und Brot haben, die vegetarisch leben müssen. Und dann haben wir Leute, die in völliger Völlerei leben. Aber wir hatten eben auch schon einen Adel, der sich parfümiert hat. Obwohl, egal. Wir schauen uns auch noch ein drittes Video an. Es geht um Schokolade oder Chips. Gab es im Mittelalter Süßigkeiten? Und ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit selbst ein Video gemacht über Süßigkeiten. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die so erzählen. Na, heute schon Schokolade genascht? Nein. Für uns heutzutage auf jeden Fall nichts Besonderes. Aber wie war das mit Süßigkeiten im Mittelalter? Sowas wie Lebkuchen gab es auch im Mittelalter. Allerdings... Da hatte ich jetzt drauf gehofft, dass die Nürnberger auf Lebkuchen kommen. ...waren die eher würzig, nicht süß und für Zeiten gedacht, in denen es wenig zu essen gab. Entschuldigung, was? Lebkuchen als Notnahrungsmittel? Gehen wir mal davon aus, es ist ein Notnahrungsmittel. Welche Möglichkeiten habe ich, so ein Nahrungsmittel sehr haltbar zu machen? Ich kann es sehr hart backen. Hat man mir Lebkuchen nicht gemacht. Was fällt euch noch ein, als Möglichkeit es haltbar zu machen? Süßen. Also selbst wenn ihr recht hättet, dann wäre es zu süß... Ihn süß machen ganz, ganz wichtig. Und der Lebkuchen war kein Notnahrungsmittel. Schon die ersten... Also wie gesagt, ich habe vor nicht allzu langer Zeit über Lebkuchen mich eingelesen, weil es mich interessiert hat. Und doch Lebkuchenrezepte auch im Mittelalter enthalten. Vor allen Dingen Honig. Weil um Nürnberger herum ist der Reichsforst. Und da drin gibt es das Zeitlerwesen. Also Wildbienen oder halbwilde Bienenvölker, die da gehalten werden. Zeitler und Imker ist nicht ganz gleich. Da habe ich gerade letztens ein Video zu gemacht über Süßigkeiten und dann ein Short über Honig. Ein Short über Honig könnt ihr euch kurz anschauen. Also die Zeitlerwesen um Nürnberg ist sehr, sehr wichtig. Die haben auch tolle Rechte gehabt. Ganz spannende Geschichte. Nürnberg hat genau wegen der Lebkuchenherstellung große, große Mengen Honig abgenommen. Also die Idee, dass Lebkuchen im Mittelalter nicht süß gewesen sei, die wundert mich gerade sehr. Doch, doch waren sie. Sie konnten gut und lange aufbewahrt werden. Auf diesem Pergament seht ihr einen Lebkuchenbäcker bei der Arbeit. Gut, ist natürlich wieder nicht mittelalterisch. Und ist das eine Pergamenthandschrift? Ist wieder die Zwölfbruder Stiftung. Weiß nicht, ob die Pergament ist. Keine Ahnung, aber es ist ein schönes Bild, weil man sieht ja eben einen Lebküchener bei der Arbeit. Zucker war in Lebkuchen meist nicht enthalten. Nee, weil da war ja Honig drin. Weil Zucker ist ja ein relativ teurer Importstoff. Auch weil man den nur schwer bekommen konnte und Schwer bekommen nicht, gerade nicht in Nürnberg, aber er war halt nicht billig. Jedenfalls zu teuer für sowas. Ist so. Und er teilweise wie ein Heilmittel verwendet wurde. Aber ich kann ihn doch nicht bekommen. Warum kann ich ihn dann wie ein Heilmittel verwenden? Also schwierig. Auch das wieder ein schönes Bild. Nicht mittelalterlich dürfte Kranach sein. Aber wie gesagt, halt wieder nicht Mittelalter. Zeigt aber immerhin Honig. Eher mal genascht wurde. Honig. Der fällt euch jetzt ein nach der Sache mit dem Lebkuchen. Zusammen mit getrockneten oder gekochten Früchten war das eine Supersüßigkeit. Honig mit gekochten oder getrockneten Früchten. Ist mir neu. Klingt jetzt wieder so improvisiert. Wobei auch Honig teuer sein konnte. War tatsächlich auch nicht ganz billig. Deswegen nicht einfach wie ein Brotaufstrich gegessen wurde. Übrigens. Honig wurde im Spätmittelalter teilweise mit Süßholz noch süßer gemacht. Was? Also Süßholz war im Mittelalter bekannt. Und ja. Vor allem Apotheker haben es benutzt. Haben die mal Süßholz gegessen? Wie kriege ich denn Honig mit Süßholz süßer? Also geht in die Küche. Nehmt einen Löffel Honig. Bin süßer geht's nicht mehr. Und mit dem vergleichsweise herben Süßholz. Das schmeckt ja voll nach Lakritz. Wird das nicht süßer. Dafür wurde das Süßholz klein geraspelt. Und das ist auch der Ursprung für die bekannte Redewendung Süßholzraspeln. Ich, im Ernst, ich hasse es, wenn moderne Sprichwörter einfach aufs Mittelalter übertragen werden. So funktioniert es nicht. Entweder man hat eine Quelle für das Sprichwort im Mittelalter. Oder es ist reine Fantasie. Es gibt Quellen. Das hier ist ein Buch. Das habe ich auch mal vorgestellt. Im Video über Sprichwörter habe ich ganz viel daraus gemacht. Da sind Sprichwörter drin. Im Mittelalter, die tun Sprichwörter. Oder es gibt auch diverse Dichtungen aus dem Mittelalter, die Sprichwörter beinhalten. Aber wenn ich ein Sprichwort darin nicht finde, in den Quellen, dann kann ich das so nicht behaupten. Und der Ursprung für Süßholzraspeln war garantiert nicht, Honig süßer zu machen. Und denkt dran, es sind Fragen von Kindern. Die Kinder wollten wissen, gab es im Mittelalter Süßigkeiten. Ihr hättet unfassbar viele Süßigkeiten nennen können. Ihr hättet diverses Gebäck nennen können. Also es gibt Torten, süß gefüllte Kuchen, Kuchen insgesamt, Mandelkuchen zum Beispiel. Es gibt Speisen, es gibt fast sowas wie Pudding. Also Mandelkäse, Mandelpudding, heißt eben nicht Mandelpudding, aber da gibt es genug. Es gibt Glattwerge, es gibt Konkabelite, es gibt ganz viele Dinge. Habe ich alle mal im Video vorgestellt über Süßspeisen im Mittelalter. Das hätte ich mal alles nennen können. Und was fällt euch ein? Lebkuchenmittelalter. Also ich fasse nur zusammen, Lebkuchenmittelalter war nicht süß, sondern würzig. Zucker war selten und teuer. Honig gab es, war auch selten und teuer und wurde mit Süßholz noch süßer gemacht. Das sind die Informationen, die ihr einem Kind geben wollt. Also das Kind, das diese Frage gestellt hat, hat überhaupt keine Informationen von euch bekommen. Da war nichts drin. Gar nichts. Nichts allergeringste. Das Allerschlimmste ist, eure Antworten machen nicht neugierig. Es gibt nirgendwo den Punkt, wo man tiefer einsteigen kann. Und Kinder, für mich, ich habe ja sehr lange an Schulen gearbeitet und vor Publikum, auch mit Kindern sehr viel und für mich ist immer ganz wichtig, respektiere deine Zielgruppe. Und auch Kinder sind Zielgruppe und Kinder wollen nicht mit sowas abgespeist werden. Kinder sind kleine Nerds. Kinder, wie viele Kinder kennt ihr, die Dinosauriernamen auf Latein auswendig können und zwar viele davon. Kinder kann man begeistern. Aber nicht so. Immer schulfrei im Mittelalter. Für viele Kids ganz normal. Das war aber nicht so toll, wie das erstmal klingt. Im Mittelalter kannte man keine Schulpflicht, so wie heute. In der Antike und ganz, ganz lange in der Neuzeit übrigens auch nicht. Wäre jetzt der Moment gewesen, den Leuten Kinder zu erzählen, finden sie mal spannend. Seit wann ist das überhaupt erst gibt? Und es ist es vorher überhaupt nicht gab. Aber so klingt natürlich wieder schön rückständig im Mittelalter. Aber es gab durchaus Schulen. Zum Beispiel im Kloster. Man lernte Latein, Lesen, Rechnen, Schreiben. Da durften allerdings... Und noch ein paar Dinge mehr. Egal. Und die kamen aus gesellschaftlich höher gestellten Familien. Stimmt gerade in den Klosterschulen nicht unbedingt, weil in den Klosterschulen auch Begabte mit einer Art Stipendium aufgenommen wurden. Also das haben wir immer wieder, dass auch Bauernsöhne in Klosterschulen unterrichtet wurden, wenn sie entsprechend begabt waren. Gerade da ist das nicht ganz richtig. Mädchen wurden höchstens zu Hause unterrichtet. Wie auch ein guter Teil der Jungen. Also wenn es Unterricht gab, Heimunterricht ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Mittelalter. Vor allen Dingen auch, wenn man auf eine Schule geht. So die Grundsachen, Lesen, Schreiben, Rechnen, hat man an Schulen oft gar nicht gelernt. Die wurden vorausgesetzt. Die hat man schon gelernt. Also unterrichtet werden zu Hause ist tatsächlich relativ verbreitet für Jungs und wie für Mädchen. Bei Mädchen ist es tatsächlich, zumindest im späten Mittelalter, letztlich die einzige Ausbildungsmöglichkeit. Und die ist dann halt in ihrer Qualität sehr, sehr stark vom Einkommen und vom sozialen Stand abhängig. Aber ich meine, wird wahrscheinlich noch kommen, aber über 90 Prozent der Kinder haben gar keine Schulbildung genossen. Weder zu Hause noch sonst irgendwo. Oder bekamen Zugang zur Bildung, wenn sie sich für ein Leben im Kloster entschieden. Erst später entwickelten sich Stadt- oder Bürgerschulen, die dann auch nur für die Söhne von wohlhabenden HandwerkerInnen zugänglich waren. Wenn man allerdings nicht zur Schule gehen durfte oder konnte, hatte man nicht frei oder konnte sich entspannen. Jede Arbeitskraft war wichtig. Deswegen wurden Kinder in Landwirtschaft und Handwerk schon sehr früh mit Aufgaben betreut. Man half also im Haushalt, auf dem Feld, ging in die Lehre, wie hier bei einem Apotheker. Oder hatte anderweitig eine Arbeit und immer was zu tun. Hm, was soll ich sagen? Das war jetzt mal so gar nicht informativ. Da fragt ein Kind, wie war das mit der Schule im Mittelalter? Und bekommt diese Antwort. Die hätte mich nicht zufriedengestellt. Da wären noch ganz viele Fragen danach gekommen. Weil was man erfährt, ist Kloster und Schule in der Stadt. Man erfährt nicht, wie die aussah, wie unterrichtet wurde, gar nichts. Und da hätte es Bildquellen gegeben. Übrigens lustigerweise auch welche, die Mädchen in der Schule zeigen. Fällt mir gerade ein, der ABC-Baum zeigt ein Mädchen in der Schule. Beim Lehrer. Egal. Aber nichts davon hat man erfahren. Worauf wurde geschrieben? Wie hat sich das abgespielt? Hätte man Dinge machen können? Gibt es tolle Quellen? Also Wachstafel hätte man wenigstens kurz erwähnen können. Und die zweite Hälfte geht dann darum, dass die Kinder, die nicht in der Schule waren, arbeiten mussten. Klingt wieder so, es gab keine Kindheit im Mittelalter. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die das vertreten. Bestimmt war für viele Kinder die Kindheit im Mittelalter eher hart und nicht so schön. Ist einfach eine Zeit, die im Vergleich zu unserer Zeit oft entbehrungsreich ist. Aber das ist heute in anderen R-Teilen nicht anders. Aber so als Antwort auf die Frage, wie war das mit Schule im Mittelalter, war das gerade so eine völlige Nullnummer. Und das ist halt auch das Problem. Also wir haben jetzt vier Filme geguckt. Das Germanische Nationalmuseum ist ein unfassbar wichtiges Museum. Ich finde die Arbeit großartig. Ich finde die Ausstellung großartig. Ganz toll. Und ich weiß, meine Chancen mit denen jemals zusammenzuarbeiten werden nach diesem Video vermutlich nicht besser. Aber dieser Kanal, der ist eine Katastrophe. Das ist das, was Kindern vermittelt wird. Und die waren alle gleich. Sie waren oberflächlich, ein Drittel waren Falschaussagen. Also wirklich Falschaussagen, die man besser hätte machen können. Auch mit den Bildquellen, die im Museum vorhanden sind. Es macht nicht neugierig. Gar nicht. Null. Also mich hätte es damals nicht neugierig gemacht. Und dann haben sie schon tolle Bildquellen und benutzen die nicht mal wirklich. Da hätte man viel, viel mehr drauf eingehen können. Also, ich weiß es nicht. Und es ist ja auch professionell gemacht. Also diese Moderatorin spricht besser als ich. Die kann das. Das waren wahrscheinlich auch Leute beteiligt, die als Historiker wirklich was drauf haben. Und mit Kindern kann man es machen. Keine Ahnung. Vielleicht übertreibe ich. Aber ich finde, es hat etwas Gutes. Jetzt unter uns. Dieser Kanal hat nicht viele Abonnenten. Der hat sogar sehr, sehr, sehr wenig Abonnenten. Weil es ist tatsächlich so, dass diese Museen ein gewisses Problem haben, Reichweite zu erzeugen. Kann ich vielleicht helfen? Ich glaube, dass der Kanal allein jetzt, denn die Videos stehen in der Videobeschreibung, dürfen ein paar Klicks dazukommen. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich möchte diesem Kanal nichts Böses. Um Himmels Willen, das Germanische Nationalmuseum macht einen Videokanal für Kinder über das Mittelalter. Wie großartig. Ja, überlegt mal. Wenn der halbwegs was wäre, ich würde das Internet damit tapezieren. Ich würde jedem sagen, guck diesen Kanal. Zeig diesen Kanal deinen Kindern. Es ist auch bei Terra X. Ich möchte denen allen nichts Böses. Ich möchte nicht sagen, ah, der böse Öffentlich-Rechtliche oder die bösen Museen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber entschuldigen, solange ihr solche Inhalte über das Mittelalter raushaut. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz schrecklich. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz hundsmiserabel gemacht. Und bringt halt niemandem Interesse. Bringt niemandem irgendwelche neuen Ideen. Obwohl ihr wirklich an der Quelle sitzt. Also mit den Bildern, die im Germanischen Nationalmuseum vorhanden sind, könnte man ungleich bessere Sachen ausstatten. Das passiert leider nicht. Und was mich am meisten daran wundert, nach keinem von diesen Videos möchte ich euer Museum besuchen. Warum nicht? Sollte ich doch, oder? Bevor ich es nur verreiße. Wir gucken uns noch einen letzten Film an. Denn es gibt auch Positives. Sonst wird immer gesagt, ich rede alles nur kaputt. Das ist gar nicht so. Es gibt auf diesem Kanal auch noch Videos, wie warum wird ein Bild geräuscht und sowas. Also sie machen auch Videos, die ich richtig gut finde. Und eins davon möchte ich euch noch zeigen. Denn da ist ein lieber Freund von mir beteiligt. Und das ist ein Video, das ich tatsächlich ziemlich gut finde. Hallo, ihr Zuhause. Ich bin mal wieder im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg unterwegs. Denn ich will ganz, ganz viel über Ritter erfahren. Im ersten Video haben wir uns schon angeguckt, wer diese Ritter eigentlich waren und wann sie gelebt haben. Und ich durfte versuchen, mit einem Schwert umzugehen. Wenn ihr das Video nochmal angucken wollt, dann guckt einfach hier unten in der Beschreibung. Immerhin schon mal, sie sind jetzt im Museum. Das macht mir schon mehr Bock, dahin zu gehen, auch wenn ich jetzt den Hintergrund nicht so doll finde. Das ist der Eingangsbereich. Aber immerhin besser als in anderen Videos. Bitte will ich herausfinden, wie diese Ritterrüstungen eigentlich aussahen. Also, wir schauen es uns an. Fabian, wir wollen uns ja heute mal angucken, was Ritter denn überhaupt so getragen haben. Und eigentlich kennt sie ja jeder. Eine Ritterrüstung, oder? Genau. Die kennt jeder. Aber diese Ritterrüstung, die war eigentlich erst ganz am Ende des Mittelalters überhaupt von den Rittern getragen worden. Die meiste Zeit im Mittelalter haben die Ritter nur ein Kettenhemd getragen. Und das haben sogar schon die Kelten erfunden vor über 2200 Jahren. Also schon eine ganz schön alte Erfindung. Und erst vor etwa 700 Jahren kamen dann nach und nach Blechplatten dazu vor die Brust, auf die Arme und so weiter. Bis dann vor etwa 550 Jahren diese Rüstung entstanden ist. Aber Moment, ich meine, Ritter hatten ja trotzdem immer einen Helm auf, oder? Ja, der ist natürlich das wichtigste Rüstungsstück. Und so ein Helm gehört auch zu diesem Kettenhemd dazu. Und einen Nachbau habe ich dir mal mitgebracht. Wie cool. Boah, der sieht ja richtig lustig aus, oder? Ja, das ist eine sogenannte... Ja, der sieht lustig aus. Hihi, haha, ja. Man kann es auch übertreiben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Nachbau von der Beckenhaube auf der feste Kuburg ist. Zumindest ungefähr der Typ. Da haben wir so eine Rüstung, ja, um 1400. Ja, das ist ein sogenannte Hunsgugel-Visier. Scheint kein schlechter Nachbau zu sein. Sogenannte Hunsgugel. Da kann man das Visier aufmachen. Und den kannst du mal anziehen, wenn du möchtest. Zumindest ist diese Halspolsterung sehr gut, denn die muss wirklich gut gepolstert sein. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Der fehlt auch... In Filmen fehlt der besonders gern. Da sehen wir gerne mal solche Helme. Und man sieht sogar die Nupsis, wo jetzt dieser Lederstreifen dran ist, aber der Ringpanzerbesatz fehlt. Und das ist dann immer sehr ärgerlich. Ich darf den jetzt einfach tragen. Dafür haben wir mitgebracht. Okay, gut. Ich bin bereit. Dann nehme ich den einfach mal so. Ich bin gespannt. Vorsichtig. Ich ziehe meine Hand raus. Der ist echt richtig schwer, ehrlich gesagt. Das hätte ich nicht gedacht. Wow. Wahnsinn. Und auch dieses Kettenhemd oder diese Ketten hier unten dran. Sehr cool. Dann kann ich auch das Visier mal runter haben. Klar, probiere es aus. Okay, ich mache es mal. Ah, ist das abgefahren. Passt erstaunlich gut. Okay, ich sehe ehrlich gesagt fast gar nichts mehr. Ich habe hier nur noch so diesen mini kleinen Schlitz für die Augen. Also der Seeschlitz meiner Schaller ist bedeutend kleiner. Der ist ungefähr halb so dick und ich sehe immer noch halbwegs gut. Konnten den Ritter da überhaupt richtig gut sehen damit? Ja, genau. Weil, wie du ja gesagt hast, das ist ein Ritterhelm. Also damit reitet der Ritter erst mal auf seinen Feind zu. Deswegen auch diese Spitze, ja, dass die Lanze abgleiten kann. Und der gegnerische Ritter ist ja auf gleicher Höhe. Also man muss gar nicht so arg gucken. Der kommt immer näher auf einen zu, ganz gerade. Und das sieht man ja gut. Und nachher, wenn es zum Nahkampf ging, dann... Ist als Klärung durchaus richtig. Also auf Pflanzenreichweite sehe ich natürlich erheblich mehr, als wenn der Gegner direkt vor mir steht. ...kann man eben aufmachen. Und dann hat der Ritter gut atmen können vor allem. Das war wichtig. Und er hat wieder in alle Richtungen gesehen. Okay. Ich finde es echt total abgefahren, wie schwer so ein Helm ist. Wahnsinn. Aber können wir dann auch mal so eine ganze Rüstung angucken? Klar, machen wir. Komm, ich zeige es dir. Okay, sehr gut. Und jetzt kommt der Teil, weswegen wir diesen Film sehen. Hallo. 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 Das ist... Das ist... Das ist Dr. Daniel Burger. Das ist Dr. Daniel Burger, ein Freund von mir, der zum Beispiel demnächst auch auf dem historischen Markt in Lich am 4. und 5. Mai dabei sein wird mit seiner Rüstung. Und der Mann hat Ahnung von dem, was er da tut. Der hat Ahnung von Rüstung, der hat Ahnung von Schwertkampf. Toller Gast. Und ihr seht, es geht übrigens toll im Hintergrund diese ganzen Stechzeuge, diese Turnierrüstung. Das sind Nürnberger Turnierrüstung, also nicht nur, beziehungsweise adlige Turnierrüstung. Auch die Bürger, auch die Patrizia haben sowas gemacht. Tolle Sammlung. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo so eine großartige Sammlung davon gibt. Wäre ich mir gar nicht sicher. Also, geht doch lieber ins Museum und dreht eure Filme da. Ihr habt es richtig gemacht. Ich mag diesen Film wirklich. Daniel tritt sich auch sehr verritter und verburgen. Und der hat gelernt, in einer Rüstung richtig zu kämpfen, wie damals auch. Okay. Und dafür hat er sich extra eine Rüstung machen lassen. Es gibt nämlich... Wir haben uns übrigens in Rüstung auch schon gehauen. Wir haben heute wieder Spezialisten, die sowas wirklich wieder können. Boah, richtig cool, oder? Da freue ich mich. Das bedeutet, du wirst jetzt in eine Rüstung schlüpfen und danach können wir uns angucken, ob du dich denn überhaupt gut darin bewegen kannst. Ja, das werde ich euch zeigen. Achtet mal ganz kurz auf seine Taille. Also, der ist jetzt... Der dürfte so meine Gewichtsklasse haben. Aber achtet mal drauf, wie das in der Rüstung gleich aussieht. Finde ich ein sehr spannendes Ding. Aber dazu muss ich mich komplett umziehen. Okay, dann bin ich mega gespannt, wie das aussehen wird. Im Germanischen Nationalmuseum kann man sich sehr viele Rüstungen ansehen. So macht man den Kindern Bock drauf, ins Museum zu gehen. Tätig von Daniel erfahren wir aber, wie genau sie aufgebaut sind. Das hier wird unter einer Rüstung getragen. Mittelalterliche Hosen, ein Wams mit Kettengeflecht, um die Arme und Achseln zu schützen und Schnabelschuhe. Es brauchte keinen Gürtel. Alles wird mit Schnüren festgebunden. Nun kommen diese Beinröhren an die Unterschenkel. Auch an den Hals kommt Kettengeflecht. Außerdem trägt Daniel einen Lendengurt um den Bauch. So passt er besser in den Brustpanzer und die Rüstung für die Oberschenkel kann festgeschnürt werden. Also dieser Lenden hier, dieser Leinenstreifen, der hat mit dem Bauch nichts zu tun. Das ist kein Bauch-weck-Gürtel. Der hält vor allen Dingen das Beinzeug. Der darf auch nicht zu eng sein. Der muss so eng sein, dass er nicht rutscht. Aber wenn der mich abschnürt, das ist nicht wirklich gut. Also wo ich ein bisschen was an meiner Atalien machen kann, ist das Rüstwams. Aber ja, ich benutze im Prinzip genau dieselbe Konstruktion, um mein Beinzeug zu machen. Und ich hoffe im Sommer endlich ein Video über meine Rüstung machen zu können. Ich bin gerade neidisch, dass Daniel schon eins hat. Wow, jetzt sind schon Brust- und Rückenpanzer dran. Zusammen nennt man diese Teile übrigens Krebs, wie das Tier. Korrekt. Also es gibt unterschiedliche, also es ist gerade eine spannende Diskussion, was jetzt wirklich genau der Krebs ist. Aber Krebs ist das, was wir in den Quellen ganz oft haben. Jetzt noch der sogenannte Bart. Und mit Helm und Handschuhen ist die Ritterrüstung komplett. Die kleinen Platten an den Achseln, die wie Blumen aussehen, schützen diesen Bereich nochmal zusätzlich. Eine tolle Rüstung. Daniel sieht aus wie ein echter Ritter, oder? Klar, dass ich da begeistert bin. Das ist schon eine sehr gute Rüstung, die Daniel Burger da hat. Also das ist, die spielt in derselben Qualitätsliga wie meine Rüstung. Ist eine wirklich, wirklich schöne Rüstung. Und hat ein paar andere Konstruktionen, als ich sie habe. Zum Beispiel, hier zum Beispiel diese Schultern sind kleiner als meine, aber das findet man. Also die ist durchaus realistisch. Da gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Man kann jetzt natürlich sagen, der ist hier ungeschützt von oben. Ja, aber es hat alles Vor- und Nachteile. Bisschen weniger Gewicht, bisschen... Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Aber schöne Rüstung und auch schön präsentiert. Wow, wie cool. Ein echter Ritter. Es sieht richtig, richtig gut aus. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ich bin gerade wirklich begeistert. Das sieht so cool aus. Aber ihr habt jetzt schon ein bisschen gebraucht, oder? Ja, ich musste dann doch auch ein bisschen unter die Arme greifen, weil es dann auch die Schnallen da hinten und auch die Schnürung am Rücken und so weiter. Also alleine kommt man kaum in eine Rüstung. Ich in meine gar nicht alleine. Es gibt später Rüstung aus dem 16. Jahrhundert, da geht das. Raus komme ich aus meiner Rüstung alleine, interessanterweise. Wow, da ist das schon ganz geschickt, wenn eine Knappe dabei ist. Okay. Aber jetzt, wenn ich mir das so angucke, das sieht auch aus, als wäre das schwer, oder? Also wie fühlst du dich? Ist das schwer? Ja, es wiegt schon so 25, 27 Kilo, je nachdem, wie viele Ketten Sachen ich noch unten drunter habe. Aber dieses Gewicht verteilt sich ja über den gesamten Körper. Beim Anziehen hat man es gesehen. Es wird an verschiedene Teile von Armen, Beinen, Schultern und die Hüfte herum festgeschnallt. Und so wirkt dieses Gewicht nicht auf einmal, sondern über den ganzen Körper. Gehen konntest du auf jeden Fall gerade, das hat man ja sehr schön gesehen. Aber kann man sich denn sonst da gut drin bewegen? Also das sieht jetzt alles so fest aus. Die Rüstung hat überall dort Gelenke, wo auch der menschliche Körper Gelenke hat. Denn man darf sich auch im Kampf nicht irgendwie selbst durch die Rüstung behindern. Also die Rüstung ist tatsächlich voll beweglich. Und abgesehen von der persönlichen Fitness, kommt man damit sehr gut zurecht. Okay. Ja. Oh, okay. Boah. Oh, krass. Also, das geht schon. Das ist auch ungefähr mein Leistungslevel in einer Rüstung. Also ich kann mich auch gut bewegen. Es gibt natürlich Leute wie zum Beispiel Daniel Chaké, ein Historiker aus der französischsprachigen Schweiz. Der kann darin ganz tolle Sachen. Der kann in Handstand überschlagen Rüstung. Kann ich auch ohne Rüstung nicht. Der ist auch schon Halbmarathon in Rüstung gelaufen. Also das ist je nachdem, wer drinnen steckt. Aber sagen wir mal, Historiker oder Kulturvermittler, fortgeschriebenes Alters, sind einfach keine Ritter. Wir können uns eine Rüstung anziehen. Wir können damit auch viel tun. Wir können aber nicht das tun, was ein hochtrainierter Elitekämpfer des späten Mittelalters darin konnte. Ist einfach so. Wahnsinn. Ich bin wirklich begeistert. Richtig cool. Ja, vielen Dank euch. Auf jeden Fall. Es war so cool, heute so viel über Ritter zu erfahren. Das habt ihr mir echt alles richtig gut gezeigt. Wie sieht es aus? Wollen wir noch ein bisschen durchs Museum schlendern? Ja, auf jeden Fall. Ich zeige dir noch was. Ja, sehr gut. Ja, ich helfe dir nochmal. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Daniel muss erstmal wieder aus seiner Rüstung raus. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön heute und ein richtig cooler Tag. Und wenn ihr auch noch mehr über Ritter und deren Zeit erfahren wollt, dann kommt unbedingt ins Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Da gibt es noch ganz viel zu erfahren. Also, bis zum nächsten Mal. Ich schaue mal, was die beiden machen. Und das meine ich, was für ein Unterschied, oder? Das war ein gutes Video. Es war nicht zu kurz. Es hat ausführlich die Frage beantwortet. Oder es hat ausführlich den Punkt behandelt. Das war gut. Das war richtig gut. Und eigentlich hatte ich vor, den Titel irgendwie jetzt zu wählen. Ah, völliger Verriss. Nee, ich muss letztlich sagen, ja. Sehr, sehr schlechtes und sehr, sehr gutes. Weil das, das will ich sehen. Das hat Interesse geweckt. Das hat Fragen beantwortet. Das hat Dinge gezeigt. Das hat Leute nicht als Idioten dastehen lassen. Das war ein guter Film. Was soll ich sagen? Vielleicht einer der besten, die wir bis jetzt überhaupt gesehen haben. Oder? Also, wir hatten jetzt echt viel Schatten. Also, diese neueren Filme, die sind nicht gut. Lasst das bleiben. Macht das anders. Und ihr habt auf Instagram auch schon ganz viel Kritik dafür eingesteckt. Da habt ihr das Video auch schon runtergenommen. Habt einen Kommentar veröffentlicht. Und auf YouTube ist er immer noch. Und für Kinder. Macht wieder was wie damals mit Daniel Burger. Das war ein total guter Film. Im Museum. Es hat Fragen beantwortet. Es hat interessante Dinge gezeigt. Ich als Kind wäre begeistert gewesen. Im Ernst. Solche Filme sind super. Und Kinder sind eure Zielgruppe. Nehmt sie ernst. Kinder sind eine ernstzunehmende Zielgruppe. Und macht sie neugierig. Und das tun die anderen Videos nicht. Im Gegenteil. Die verbreiten Halbwahrheiten und Klischees. Vor allem so Sachen, ehrlich. So was wie Sprichwörter aufs Mittelalter zurückführen. Tut das nur, wenn ihr eine gute Quelle dafür habt. Sonst tut das nicht. Weil es werden alle Sprichwörter aufs Mittelalter zurückgeführt. Und das stimmt einfach oft nicht. Macht mehr Videos wie das über die Rüstung. Das hat mir gut gefallen. Und enden wir versöhnlich. Weil ihr habt einen großartigen Film gemacht. Vielleicht den besten, den ich jemals hier als Reaktion gehabt habe. Und bitte, macht mehr in diese Richtung. Es wäre super. Und ihr habt so wunderschöne Dinge bei euch im Museum. Erzählt was darüber. Sucht die Bildquellen raus. Erzählt, was das für ein großartiges Ding ist, dass so etwas in Häusern gegen die Kälte getragen wurde. Weil das ist Wohnkultur. Das ist das Gegenteil von dem, was gerade verbreitet wurde. Ansonsten, liebe Zuschauer, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie fandet ihr die Videos? Habe ich übertrieben? War ich wieder zu nitpickerig? Oder ist das wirklich so schlimm, wie ich behaupte? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann macht es gut und bleibt gesund. Dann macht es gut und bleibt gesund.